Hallo, mein Name ist Sarah und ich bin Yoga- und Pilates-Trainerin bei YouMove. Beim Yoga lernst du, deinen Körper und deinen Geist miteinander in Einklang zu bringen. Erfährst tiefe Entspannung, aber auch ein ausgeklügeltes Fitnesssystem, was deinem Körper und deinem Geist einfach nur gut tut. Es spielt gar keine Rolle, ob du absoluter Yoga-Neuling bist oder bereits erfahrene Yogini oder erfahrener Yogi. In meinen Kursen wird alles ganz individuell auf die einzelnen Teilnehmer zugeschnitten, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Ich freue mich, dich bald auf der Matte begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Namaste.